Hallo meine Lieben, es gibt ein neues Video und es ist kein normales Video. Viele von euch haben es vielleicht schon mitbekommen auf Twitter oder Instagram oder Facebook, dass ich meine 1000 Abonnenten erreicht habe und es sind mittlerweile wieder deutlich mehr geworden. Ich kam einfach nicht dazu, das Video früher zu drehen. Und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken. Ich hätte niemals gedacht, dass mir 1000 Leute zugucken. Hallo! Ich meine, das kann man natürlich nicht vergleichen mit den großen YouTubern oder so, aber überlegt euch mal, 1000 Leute! 1000 Leute ist so, so viel! Und ich bin einfach total glücklich, dass meine Videos so gut ankommen und auch, dass ich so oft so ganz liebe Nachrichten von euch bekomme auf Facebook oder Twitter. Ja, das ist einfach total süß und ich freue mich wirklich über jede einzelne Nachricht und ich schreibe auch wirklich immer zurück, zumindest versuche ich immer zurück zu schreiben. Und ja, das hier ist ein Video für euch da draußen und es geht in dem Video nur um euch. Ihr könnt noch was super Tolles gewinnen. Zuerst möchte ich aber ein paar Leute grüßen, die, ja, tolle Fans sind und die auch gesagt haben, hey, ich möchte in deinem Video sein, kannst du mich mal grüßen? Hier unten werden gleich auch noch ein paar Twitter-Nachrichten sein, die mit dem Hashtag Lenas Abonnenten-Special gehashtaggt wurden. Und ja, also zum einen grüße ich mal die Pia. Äh, dankeschön Pia, hiermit zeigst du gegrüßt. Und, ähm, hi Lina, ähm, du bist auch super toll und lieb und, ähm, ich grüße dich hiermit. Hi Linda, ähm, ich hoffe, das ist dein Name, weil du hast mir leider nicht gesagt, wie du heißt und, äh, ich denke, ich kann das aus deinem Twitter-Namen rauslesen, aber, ähm, ja, hi. Dann, danke, 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 Narin. Ähm, also wer es vielleicht nicht weiß, die Narin, äh, hat mich gefragt, ob ich mal dieses, äh, Lippenstift-Video machen kann. Einfach alles, was ich über Lippenstift weiß, wie man es aufträgt und so. Und dadurch kam ich auf die Idee, äh, diese Lenas Make-up-Basics-Reihe zu starten. Und das verdanke ich alles dir, Narin. Dankeschön. Und du schreibst mir immer so liebe Nachrichten. Ich freue mich echt über jede einzelne Nachricht. Und, ähm, ja, du bist ein super, super Fan. Dann auch Dankeschön, Leila. Ähm, wir haben auch ein paar Mal geschrieben. Äh, Dankeschön, Selin und auch Halima. Ihr seid auch ganz top. Und, äh, ja, das war's schon mit der Grüßungsrunde. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, ähm, der jetzt gegrüßt werden wollte. Vielleicht mache ich auch öfter mal so ein Video. Und, ähm, ja, jetzt, äh, kommt es zum Gewinnspiel. Äh, ich weiß, manche Leute haben kein YouTube. Aber das ist gar kein Problem, denn ich werde diese Verlosung sowohl auf YouTube machen, als auch auf Facebook. Ähm, solange ihr eines von beiden habt, ist es super. Wenn ihr beides habt, könnt ihr eventuell sogar doppelt teilnehmen. Ähm, und, ja, ich zeige euch erstmal, was es zu gewinnen gibt. Und dann klären wir den Rest. Also, zum Gewinnen gibt es zum einen diese wunderschöne Statement-Kette. Äh, die fand ich so schön. Ich würde sie am liebsten jetzt gerade selber behalten, aber ich habe sie für euch gekauft. Äh, und, ähm, es gibt auch diesen Make-Up-Bag. Und ich muss euch mal zeigen, es passt super gut zusammen. Äh, und dieser Make-Up-Bag hat noch was ganz Besonderes, denn er hat einen Spiegel hier hinten. Und, äh, wenn ihr dann eure Schminke dabei habt, dann braucht ihr nicht extra einen Spiegel mitnehmen, um euch irgendwo auf dem Weg zu schminken oder um euer, äh, um zu gucken, ob euer Make-Up noch sitzt. Sondern ihr könnt einfach hier hinten drauf gucken. Das fand ich richtig, richtig cool. Und da ist natürlich auch noch was drin. Nämlich zum einen ein Hard-Donut. Ähm, wer das nicht kennt, ich werde darüber, denke ich, bald auch ein Video machen. Damit kann man sehr coole Frisuren machen. Dann ist da drin eine Handy-Hülle. In Pink natürlich. Ich mag Pink ja sehr gerne. Ähm, die ist fürs iPhone 5. Ähm, also 5S oder 5. Äh, wenn ihr keins habt, könnt ihr die auch einfach verschenken. Ihr braucht nicht extra ein iPhone hierfür zu haben. Ich hab gedacht, ich pack die mit rein, weil ich, äh, ja, die gleiche hab. Unter anderem auch in schwarz. Und ich find die super praktisch und super toll. Dann ist hier noch drin, passend zu der, ähm, Statement-Kette, ein schönes goldenes Armband mit Nieten. Und meine Katze zerlegt gerade irgendwas in meinem Zimmer. Also wenn ihr gerade im Hintergrund irgendwas hört, meine Katze, ähm, zerlegt gerade irgendeine Tüte. Weiß ich nicht. Und da drin sind auch noch zwei Nagellacke. Einmal von Inglot. Ähm, das ist eine super tolle Marke. Äh, auch in Gold, weil ich gedacht hab, das passt jetzt hier vielleicht dazu ganz gut. Ähm, das ist die Farbe 42. Und, ähm, das ist ja neu im Sortiment bei P2, diese Leather Matte Nail Polish in rosa. Weil ich liebe rosa und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich rosa absolut liebe. Und, äh, ich pack euch hier natürlich nur Zeug rein, äh, das ich auch selber toll find. Und ja, jetzt wisst ihr schon mal, was es, ähm, ja, zu gewinnen gibt. Ich pack grad mal alles wieder hier rein. Und, was ihr dafür tun müsst, ist, ähm, ich werde dieses Video auch auf Facebook posten. Auf Facebook müsst ihr einfach einen Facebook-Kommentar da lassen, ähm, was ihr für ein Video, äh, euch wünschen würdet von mir. Und, ähm, dass ihr natürlich auch gewinnen wollt, äh, solltet ihr vielleicht auch reinschreiben, weil es gibt ja auch Leute, die einfach nur einen Kommentar schreiben, aber nicht gewinnen möchten. Also schreibt mir rein. Ich möchte die Sachen gewinnen und ich möchte ein Video von dir sehen, dieses oder jenes, ähm, ja, was ihr halt sehen wollt. Zum Beispiel ein Frisuren-Tutorial oder sowas. Ähm, aufs YouTube gilt genau das Gleiche. Ähm, ihr müsst mich abonniert haben und, äh, ihr solltet mir einen Kommentar schreiben mit dem gleichen Inhalt. Und, äh, auf Facebook noch ganz wichtig, liked meine Seite. Ich werde die auch bei diesem, ähm, Video in die Infobox schreiben. Da seht ihr alle meine sozialen Netzwerke. Da seht ihr, wo ich auf Twitter bin, äh, mein Instagram-Account. Mein YouTube-Account ist ja hier sowieso. Den kennt ihr ja. Ähm, meine Facebook-Fanpage. Findet ihr alles in der Infobox. Am besten mir überall folgen und liken, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand und verpasst kein Video. Und, ähm, ja, das war's. Und, äh, noch eine kleine Anmerkung. Für alle, die noch nicht 18 Jahre alt sind, brauche ich eine Bestätigung der Eltern, dass ihr dann, ähm, ja, den Gewinn haben dürft, sozusagen. Und, ja, dann freue ich mich auf eure Kommentare, sowohl auf Facebook, als auch auf YouTube. Und, äh, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss!